Also wir spielen persische Musik, türkische Musik, griechische, ein bisschen griechische Musik, aber auch, ich komme aus Italien, ja, und ich spiele auch eine Tarantella, mit dem Ud, ja. Ja, eine Ud ist diese Laute, diese Laute, diese, ja, ich versuche immer mit dieser Laute, ja, diese Ud, verschiedene Musik zu spielen, ja, in Berlin habe ich ein paar Bands und mit einer Band zum Beispiel spiele ich bayerische Musik, bayerische oder Tango Musik, also wir sind sehr international, sagen wir. Das ist schön.